Was geht auf YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh-Kanal, hier auf YouTube. Heute wird es so richtig feucht, denn wir... Das klang jetzt ein bisschen komisch, oder? Also, es wird nass. Spritzig. Denn wir sprechen über Legendary Duelists, Duels from the Deep. Ein Booster-Set, welches bei uns am 9.6. erscheint und Wasser-Support liefert. Also sozusagen generische, oder weniger, das Marco Tsunami kriegt ganz, ganz viel neuen Support. Doch nicht nur Anime-Fan-Favorite Marco Tsunami bekommt seinen Support, sondern auch das Marine-Sess-Deck-Thema bekommt Support. Und dass die Sharks, also hier Rank, Fear, Spam, Water, ihr wisst schon, was ich meine. Also es wird auf jeden Fall jede Menge Support geben für Deck-Themen des Wasser-Attributs. Was ich extrem cool finde. Das ist im Endeffekt so ein Set wie Legendary Duelist SynchroStorm, wo halt Wind-Attribut gefeatured und supportet wurde. Jetzt in dem Fall Wasser. So, wir springen jetzt in die gesamte Kartenliste. Es ist die OCG-Kartenliste. Dennoch sind das die Karten, die wir wahrscheinlich 1 zu 1 auch hier ins DCG bekommen. Und darüber hinaus wird es noch ein paar weitere Karten geben. Da können wir mal gemeinsam spekulieren. Wir schauen uns die ein oder andere extrem gute Karte an, die wir aus diesem Set erhalten werden. Und im Anschluss springen wir auf Card Market und schauen uns mal preis-leistungstechnisch an, was so eine Box bzw. ein Case aktuell im Vorverkauf kostet. Aber doch genug von mir. Lass uns direkt in Legendary Duelists Duels from the Deep reinspringen. Los geht's! Und bevor wir in die gesamte Kartenliste reinspringen, sprechen wir einmal ganz kurz über das Produkt Legendary Duelists Duels from the Deep. Erscheint am 9.6. hier bei uns im TCG. Und wie wir hier schon sehen, werden 3 Wassermonster-Strategien mit neuen Karten versorgt. Und zwar von natürlich berühmten Anime-Charakteren aus der Anime-Serie. Also Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 6 und Yu-Gi-Oh! Brains. Support bekommt natürlich Fischer und Duellant Marco Tsunami. Nash, also hier die Sharks, die Xyz Sharks wird's geben. Und natürlich hier Blue Maiden, sprich die Marine Cess. Bekomme ich natürlich noch in Support. Marco Tsunami bekommt hier ein fettes neues Boss-Monster mit dem Fortress-Wale. Und darüber hinaus wird's noch jede Menge weitere Karten geben. Vor allen Dingen auch ein bisschen, ich sag mal, generische Reprints. Darauf freue ich mich auch auf jeden Fall. Und dann wird es hier natürlich, hier unten steht's, eine Seltener-Geist-Version. Also eine Ghost-Rare. Seltener-Geist-Version. Was ist denn das für eine Übersetzung? Hier steht's, seltener-Geist-Version eines ikonischen Wassermonsters zu finden. Also, es wird eine Ghost-Rare eines Wassermonsters geben. Was es im Optimalfall so in der Vergangenheit noch nicht gab. So ein legendärer Fischermann in Ghost-Rare wäre schon krass. Alles andere, weiß ich nicht, ob man das auch... Aber der Fischermann in Ghost, geiles Collectible auf jeden Fall. Zumindest mal eine Ghost-Rare, die was wert wäre. So, das komplette Booster-Set besteht aus 56 Karten. Neun Ultra-Rare-Karten, acht Super-Rare-Karten, zehn Rare-Karten, 29 Comments und eine Ghost-Rare-Karte. Finde ich extrem geil. Und wir springen jetzt direkt in die gesamte Kartenliste. Also, wie ihr hier gesehen habt, 56 Karten. In der Kartenliste, welche aus dem OCG stammt, sind es aktuell nur 46. Genau, unter anderem auch schon einige Reprints, die hier mit drin enthalten sind. Kann natürlich sein, dass wir on top, also nicht nur, wir bekommen definitiv on top noch was anderes. Also, wir müssen ja sozusagen die 56 Karten voll machen. Das heißt, zehn Karten fehlen hier noch. In The Grand Creators zum Beispiel war ganz viel Insektorkram drinne zum Beispiel. Mal gucken, was sie hier mit reinwerfen. Ich würde mir ja einfach noch mehr generischen Wassermonster-Support irgendwie wünschen oder irgendein generisches Meta-Staple so. Keine Ahnung, mal gucken, um das Set vielleicht noch ein bisschen besser zu verkaufen. Hier ist die erste Karte. Die erste Karte ist allerdings ein Reprint und zwar Nummer 101, Silent Honor Arc. Über die werden wir nicht sprechen. Wir werden vor allen Dingen über die neuen Karten sprechen, die hier drin sind. Und zwar fangen wir natürlich mit Nash an. Sprich den ganzen Haien, die es hier geben wird. Und zwar mit dem Abysshark. Wir gucken uns jetzt alle Karten, das sind alles neue Karten. Das hier sind alles neue Karten. Einige davon schauen wir uns jetzt einfach mal sozusagen im Detail an. Und springen dann gleich wieder zurück in die gesamte Kartenliste. So, Abysshark. Geile Karte. Warum? Weil sie folgenden Effekt hat. Und zwar, wenn alle Monster, die ihr auf dem Spielfeld kontrolliert, Wasser sind. Also, ihr müsst mindestens eins kontrollieren. Könnt ihr diese Karte von eurer Hand speziell beschwören. Aber ihr könnt bis zum Ende des Spielzugs keine anderen Monster beschwören außer Wassermonster und sowas. Also, das gibt's auch. Das gibt's immer wieder. Das kommt auch bei Marco Tsunami und das kommt auch bei der Blue Maiden. Immer wieder haben die Monster den Effekt, dass ihr dann in Wassermonster gelockt seid bis zum Ende des Spielzugs. Sprich, ihr könnt gewisse Karten auch gar nicht generisch in irgendwelche anderen Decks klatschen. Weiß ich nicht, wie gut ich das finde. Auf der einen Seite gut, weil das wiederum bedeutet, dass die Karten nicht in anderen Decks abused werden. Und somit die Preise der Karten nicht so in die Höhe schießen. Was wiederum auch bedeutet, dass sozusagen Anime-Fans sich diese Karten eher leisten werden können. Weil günstiger und so. Also, ihr könnt, erstens könnt ihr die Karte specialen, aber ihr könnt bis zum Ende des Spielzugs nichts specialen außer Wassermonster. Und im nächsten Battle-Damage, den der Gegner erhält, also in diesem Spielzug, also eigentlich going second, so, eine gute Karte, in dem ein Nummer-Monster involviert ist, wird der Damage gedoppelt. Also verdoppelt, was schon mal ganz cool ist. Und dann könnt ihr, also ganz, ganz lange Restriction und Effekt-Text, und dann kommen wir eigentlich zum Eigentlichen. You can special summon this card from your hand. Also, ihr wählt ein Wassermonster, welches ihr kontrolliert. Ihr specialt die Karte von eurer Hand. Und wenn ihr das tut, könnt ihr ein Level 3, 4 oder 5 Fischmonster von eurem Deck, eure Hand hinzufügen. Free Special Summon und Surge, um dann sozusagen weiter in eure Kombos zu gehen. Genau, und, das ist auch geil. Wenn diese Karte als Exis-Material benutzt werden würde für eine Exis-Beschwörung eines Nummer-Monsters, kann diese Karte auch als Level 3 oder 4 behandelt werden. Das finde ich extrem geil. Das ist eigentlich ein Stufe 5-Monster, was aber, wenn ihr es für eine Exis-Beschwörung eines Nummer-Monsters benutzt, auch ganz schnell Stufe 3 oder Stufe 4-Monster werden kann. Das ist echt geil. Mit dem Abyss-Shark, den ihr dann specialt, werdet ihr in der Regel auf 3 spielen, surgt ihr euch dann den Crystal Shark. Der Crystal Shark hat nämlich folgenden Effekt. Wenn diese Karte in deiner Hand ist, kannst du ein Wassermonster auf dem Spielfeld wählen und dann diese Karte speziell beschwören. Die hat so eine ähnliche Restriction schon wieder. You cannot special summon monsters from your extra deck for the rest of this turn except Exis-Monsters. Also special summon this card. Also ihr seid dann in Exis-Monster gelockt. Ähm, und dann, wenn diese Karte, ebenfalls gleicher Effekt, wenn diese Karte für eine Exis-Beschwörung als Material benutzt werden würde, und zwar für ein Nummern-Monster, könnt ihr diese Karte auch als Stufe 3 oder 4 behandeln. Sprich, ihr specialt den, surgt euch den, specialt den und habt so zwei Monster auf dem Spielfeld, um entweder in Rank 5-Plays zu gehen oder in Rank 3- oder 4-Plays zu gehen. Finde ich extrem krass. Das einzige Problem, was ich hier so ein bisschen sehe, so ihr müsst den Wassermonster kontrollieren. Also ja, das heißt, die Karte ist nicht ein Starter, sondern ihr braucht irgendwas auf dem Spielfeld und dann ist die Karte erst ein Starter. Wir gucken uns mal die nächste Karte an, die es geben wird, und zwar ein Exis-Monster, Stufe 5. Nafil Asylum Heth Knight. Zwei Level 5-Monster benötigt ihr, um ihn zu beschwören. Kann nicht zerstört werden, wenn diese Karte, warte mal, kann not be destroyed by battle if a Number-Monster is on the field. Also wenn ein anderes Nummern-Monster auf dem Spielfeld ist, oder allgemein ein Nummern-Monster auf dem Spielfeld ist, kann diese Karte nicht durch Kampf zerstört werden. Während der Main-Phase, Quick-Effect, ihr könnt zwei Material detachen, dann ein Nummer-Exis-Monster, welches Nummer zwischen hier, zwischen 101 und 107 ist, könnt ihr von eurem Extra-Deck an den Nafil hier dran detachen und dann, aufgepasst, könnt ihr ein Face-Up-Monster auf dem Spielfeld, also auch auf der generischen Spielfeld-Seite, an diese Karte als Material hängen. Non-Target Removal. Was tatsächlich ganz geil ist. Also, Quick-Effect, ihr detacht zwei Materialien, nehmt ein Nummer-Exis-Monster zwischen 101 und 107, von eurem Extra-Deck attacht es an den Nafil und dann könnt ihr ein anderes Face-Up-Monster auf dem Spielfeld als Material an ihm dranhängen. Das heißt, ihr detacht zwei und danach hat die Karte wieder zwei. Quick-Effect, könnt ihr in jedem Turn einfach so machen. Und so eurem Gegner einfach mal das Feld räumen. Finde ich geil. Wir machen weiter. Eine Karte schauen wir uns tatsächlich noch an, und zwar die hier. Die wird wahrscheinlich nicht gespielt werden, weil sie einfach zu situativ ist und nicht konstant genug aktiviert werden kann, weil sie eine extrem komische Aktivierungsbedingung hat. Um diese Karte zu aktivieren, müsst ihr sie ziehen in eurer Norm, also als normaler, also in eurer Draw-Phase. Ihr müsst diese Karte als normales ziehen in der Draw-Phase ziehen. Nicht per Effekt oder sowas. Das heißt, ihr müsst diese Karte ziehen, für Turn, sie vorzeigen und sie bis zur Main-Phase vorgezeigt lassen. Und dann könnt ihr während der Main-Phase in demselben Spielzug einen der folgenden Effekte aktivieren. Also wirklich komische Aktivierungsbedingungen. Ihr könnt ein Rank-Up-Magic, das Seventh One oder ein Seven Emperors, normale Zauberkarte von eurem Deck in den Friedhof schicken. Und dann wird der Effekt dieser Karte zu der in den Friedhof gesendeten Karte eigentlich schon stark. Oder ihr speziell beschwört euch, bis zu zwei Monster von eurem Deck. Ihre Effekte sind annulliert. Und wenn ihr das tut, könnt ihr direkt eine Exis-Beschwörung machen mit einem Nummern-Exis-Monster. Und ihr müsst sozusagen alle Monster, die ihr beschworen habt, dann für die Exis-Beschwörung des Nummern-Monsters benutzen. Also eigentlich krass, weil ihr zieht die Karte für Turn, aktiviert sie in eurer Main-Phase, ihr dürft zwei Monster von eurem Deck auf eure Spielfeldseite spezial beschwören. Effekte sind annulliert, okay. Keine Trigger-Effekte und sowas. Und dann löst der Effekt weiter auf und ihr könnt direkt in einen Exis-Monster reingehen. Stufe drei, vier, fünf. Egal. Es gibt keine Restriktionen. Special Summon up to two monsters from your deck. Ihr könnt zwei Stufe-8-Monster spezial beschwören und in einen Rank-8-Monster reingehen. Also irgendwie nicht schlecht. Auf jeden Fall auch eine generische Karte. Aber das Problem ist halt, dass ihr sie für Turn ziehen müsst. Also ist cool im Grind-Game so. Wenn ihr die Karte auf der Starthand habt, dann ist das nicht so gut. Aber im Grind-Game, wenn ihr sie zieht, why not? So. Wir springen zurück in die gesamte Kartenliste. Das sind die ganzen Karten, die ihr hier bekommt. Hier gibt es noch eine weitere Spill und eine weitere Trap. Über die werden wir jetzt nicht in den Detail drauf eingehen. Aber sind tatsächlich gar nicht so verkehrt die Karten. Ihr werdet den hier vermutlich auf drei spielen. den auf eins, auf eins, auf eins, den gar nicht. Das hier. Und dann spielt ihr hier die Klassiker, die wir schon kennen. Das sind, also die Karten werden hier mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Reprint erhalten. Alles andere wäre seltsam. Stille Angler und Exis Schiffshalter. Beide Karten sind auch vor kurzem im Preis gestiegen, weil sozusagen das Shark Deck-Thema immer relevanter wird. Vor allen Dingen, weil wir auch neuen Rank 4 Wassermonster bekommen haben in Brothers of Legend Ende letzten Jahres. Das sind alles Reprints der Bahamut Hai. Den gab es als Reprint im OCG. Ich hoffe, dass wir den auch als Reprint bekommen, wobei der hier aktuell gar nicht so teuer ist. Dennoch fände ich den Reprint super. Dann haben wir hier noch Full Armored Black Ray Lancer und Nummer 71 Rebarian Hai. Und dann haben wir hier natürlich die Rank Up, Rank Up Karten, die wir auch bekommen. Und das ist quasi alles, was wir für Nash bekommen, inklusive aller Reprints. Jetzt springen wir mal ganz kurz in die Karten, die wir für Marco Tsunami bekommen. Und zwar fangen wir als allererstes mit dem neuen Boss Monster an, und zwar dem Mega Fortress Whale. Fast alle, das werdet ihr auch gleich sehen, alle Karten sagen immer, wenn Umi face up on the field ist. Also ihr müsst Umi kontrollieren oder Legendary Ocean. Die Karte wird ja auch immer als Umi behandelt. So, wenn Umi face up on the field ist, könnt ihr folgenden Effekt aktivieren. Denn deine Wassermonster können diesen Spielzug direkt angreifen. Geil, oder? Also mit 2550 und so, da kann man auf jeden Fall schon ordentlich Damage drücken. Während der gegnerischen Battle Phase, Quick Effect, ihr könnt ein face up Monster, welches ihr kontrolliert, ne, you can target one face up Monster day control. Also ein face up Monster, welches der Gegner kontrolliert, könnt ihr wählen und es zerstören. Als Quick Effect während der Battle Phase, der gegnerischen Battle Phase, also nicht in eurer Battle Phase, sondern immer nur in der Battle Phase des Gegners. Klingt ein bisschen wie Warrocks, nur feuchter. If this card on the field is destroyed by Battle or Card Effect, also wenn die Karte auf dem Spielfeld durch Kampf- oder Karten-Effekt zerstört wurde, steht nicht hier Openance. Das heißt, ihr könnt sie selber durch euren eigenen Karten-Effekt zerstören. Ihr könnt ein Wassermonster, ein Wasserkriegermonster von eurem Deck oder Friedhof wählen und es entweder eurer Hand hinzufügen oder es spezialbeschwören. Also ihr könnt so den legendären Fischermann einfach so aus eurem Deck oder Friedhof auf eurer Spielfeldseite spezialbeschwören, sofern Mega Fortress, Wail durch Kampf- oder Karten-Effekt zerstört wurde. Das ist das neue Boss-Monster. Wird sehr wahrscheinlich als Ultra ergeben, alles andere würde mich überraschen. Nächste Karte, die wir hier haben, ist Kariushin-Liviathan. Die Karte auch, während Umi auf dem Spielfeld ist, kann jeder Spieler als ein Flatgate, also gar nicht so schlecht zu Stufe 5, aber wenn Umi auf dem Spielfeld ist und der Liviathan auch auf dem Spielfeld ist, kann jeder Spieler nur ein Nicht-Wassermonster kontrollieren. Was bedeutet, alle anderen Monster müssen dann Wasser sein? Wenn euer Gegner kein Wasser-Deck spielt, kann er keine anderen Monster beschwören. Ich meine, Halki-Fibrex ist Wasser, aber was machst du dann? Was spezialst du hier aus dem Deck mit Halki-Fibrex? Ich weiß es nicht. Also man kann nur ein Nicht-Wassermonster kontrollieren. Und während der Main-Phase kannst du ein Umi, eine Kariushin-Spelltrap oder eine Sea-Stealth-Spelltrap von eurem Deck eurer Hand hinzufügen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Stufe 5, ich weiß gar nicht, wie man die in dem Deck aufs Spielfeld bringt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch das Deck aktuell spielt. Oder wer sich ein bisschen besser mit Wassermonstern auskennt. Stufe 4 irritiert mich irgendwie. Stufe 5 irritiert mich irgendwie. Stufe 4 finde ich besser. Egal. Nächste Karte, Doom Kraken. Die Karte werdet ihr definitiv auf 3 in eurem Main-Deck spielen. Wenn Umi face up on the field ist, Quick Effect. Ihr könnt ein Wassermonster wählen, welches ihr kontrolliert, außer den Doom Kraken. Also wenn ihr einen anderen Doom Kraken kontrolliert, funktioniert das nicht. Und dann wählt ihr ein Monster, welches euer Gegner kontrolliert. Das ist der Kost. Also ihr wählt ein Wassermonster, welches ihr kontrolliert und ein Monster, welches euer Gegner kontrolliert. Dann speziell beschwört ihr den Doom Kraken von eurer Hand. Und wenn ihr das tut, gebt ihr das erste Ziel, also sprich eure eigene gewählte Karte, zurück auf eure Hand. Und wenn das erfolgreich passiert, könnt ihr das zweite Ziel, sprich die Karte des Gegners, zerstören. Und dann, wenn euer Gegner einen Angriff deklariert, könnt ihr diese Karte von eurem Spielfeld zurück auf eure Hand nehmen und dann den Angriff annullieren. Keine Ahnung, das ist ein Stufe 4 Monster. Das Monster wird nie in die Battle-Phase kommen. Vorher macht ihr ein Rank 4 Play oder sowas. Oder linkt die Karte weg. Kommt noch eine weitere Karte an, bevor wir dann wieder zurück in die gesamte Kartenliste reinspringen. Und zwar Sea Stealth 2. Die Karte, sobald sie auf dem Feld ist oder im Friedhof, wird zu Umi. Somit habt ihr neben eurer Field-Spell eine weitere Karte. Diese ist nämlich eine Continuous-Spell. Eine permanente Zauberkarte. Habt ihr eine weitere Umi-Karte auf eurem Spielfeld liegen. Euer Gegner kann Wassermonster nicht mit Nicht-Wassermonster-Effekten wählen. Haben wir das verstanden? Ja, ich hab das verstanden. Also, your opponent cannot target Water-Monsters, you control. Wassermonster, die ihr kontrolliert, können von eurem Gegner nicht als Ziel gewählt werden von Monstern, die nicht Wasser sind. Am Beginn der Battle-Phase du kannst ein Monster-Spezial beschwören, welches Umi im Kartentext listet. Oder ein normales Wassermonster von deiner Hand oder Friedhof in die Verteidigungsposition specialen. Aber zerstöre es am Ende der Battle-Phase. Was wiederum bedeutet, die Karte gibt euch ein bisschen Protection für die Battle-Phase. Aber, oh, warte mal, hab ich vielleicht Fisch-Sonder falsch verstanden? Warte. Nee, Water-Normal-Monster. Hat man mal überlegt. Nee, sorry. So. Also, es ist im Endeffekt, wenn die Continuous-Spell noch in der Battle-Phase liegt, könnt ihr euch quasi protecten, indem ihr entweder ein Monster vom Friedhof spezialbeschwört, Hand oder Friedhof, welches Umi im Effekt-Text listet, oder ein normales Wassermonster von Hand oder Friedhof in die Verteidigungsposition. Jo, das sind mehr oder weniger die Relevanten. Werdet ihr wahrscheinlich auch nicht spielen. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Den Stealth, ich guck gerade noch mal. Doch, die werdet ihr spielen. Die ist gut. Die könnt ihr auf drei spielen. Ja, zwei bis drei. Wir springen zurück in die gesamte Kartenliste und sehen hier tatsächlich, das sind die ganzen Marco-Tsunami-Karten, die wir bekommen werden. Es gab nur noch Trap, die Trap könnt ihr euch selber durchlesen, die fand ich jetzt nicht so Bombe. Legendary Fisherman 1, Legendary Fisherman 2, Legendary Fisherman 3, vor allen Dingen das Artwork vom Legendary Fisherman 3 ist extrem geil. Wie gesagt, eventuell wird es den als Ghost-Rail geben, fände ich extrem krass. Bei allen anderen Karten kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, bei dem würde ich es extrem cool finden. Wird auf jeden Fall die Verkäufe ankurbeln. Zitadellenwahl ist ja auch mit drin, vielleicht auch den als Ghost. Aber ich finde, das hier, das ist die Anime-Karte, die wollen wir haben. Zorn des Karyoshin wird hier mit drin sein, Wut von Karyoshin, eine Karte, die euch Torrential Tribute searcht, da ist Torrential Tribute. Und dann hier haben wir noch heimlicher Angriff zu Wasser. Das sind Karten, die wir für Marco Tsunami hier aus Legendary Duel Duels from the Deep erhalten werden. Und jetzt springen wir nochmal schnell in die Marineses-Karten und dann kurz auf Card Market und dann machen wir auch Schluss hier. So, Marineses. Und zwar haben wir hier auch schon die neuen Karten und zwar sehen wir Marineses Spring Girl plus halt noch ein paar weitere, und zwar eine neue Spell, die echt geil ist und zwar neue Traps, die so 50-50 sind. Und da springen wir jetzt auch mal direkt rein und zwar fangen wir mit dem Marineses Spring Girl an. Die ist geil, werdet ihr safe auf drei in eurem Marineses-Deck spielen. Optisch absolute Hammer. Folgenden Effekt hat diese Karte. Ihr könnt ein Marineses-Monster in eurem Friedhof verbannen und dann diese Karte von eurer Hand spezialbeschwören. Geil. Und dann, wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde für eine Linkbeschwörung eines Wassermonsters, alle Marineses-Monster sind Wassermonster, könnt ihr Karten von oben von eurem Deck in den Friedhof schicken in Höhe der Anzahl des Link-Ratings, ne, so war das doch, äh, ne, in Höhe der Anzahl der Marineses-Monster, die ihr kontrolliert. Equal to the number of Marineses-Monster you control. Und dann könnt ihr 200 Damage eurem Gegner hinzufügen. Also gar nicht so ein schlechter Effekt, wenn ihr auf Zeit spielen müsst in Spiel 3 und so euch den Sieg nach Hause cheaten wollt. Äh, und also ihr fügt sozusagen 200 Damage eurem Gegner zu für jedes, für jede Marineses-Karte, die ihr durch den Effekt in den Friedhof schickt. Also ihr schickt Karten in Höhe der Marineses-Monster, die ihr kontrolliert in den Friedhof und jede Marineses-Karte, die dadurch in den Friedhof geht, fügt eurem Gegner 200 Damage zu. Finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Weiter geht's. Zu einer Karte, die definitiv auch es ins Extradeck schafft. Äh, hier sehen wir eine goldene Schrift. Ich vermute mal, das wird auch eine Ultra-Rare sein. Also pro, pro Thema äh, gibt's immer drei Ultra-Rares. Ein paar Super-Rares und den Rest dann. Also es gibt immer drei Ultra-Rares pro Deck-Thema. Ähm, diese Karte braucht zwei plus Marineses-Monster, um sie zu beschwören, sprich generisch auf jeden Fall. Könnt ihr euch schon mal vergessen. ihr könnt, äh, oder hier irgendwie mit Sea-Archiver oder sowas, das wird nicht funktionieren. Ihr werdet das Deck ähm, demnächst mit den ganzen neuen Karten äh, auf jeden Fall pool spielen können. Ähm, ihr könnt ein Wassermonster von eurer Hand oder eurem, äh, Friedhof, ne, ihr könnt ein Wassermonster äh, von eurer Hand in den Friedhof schicken, das ist Kost und dann könnt ihr eine Marineses-Trap von eurem Deck eurer Hand hinzufügen. Was wiederum bedeutet, dass ihr euch Marineses-Wave eurer Hand hinzufügen könnt. Eine extrem gute Karte, um den Gegner zu stören. So, äh, if only your opponent controls a monster, you can banish this card from your graveyard. Also, wenn nur euer Gegner ein Monster kontrolliert, könnt ihr diese Karte vom Friedhof verbannen. Das ist Kost, also erstmal hier Condition bis zum Doppelpunkt, danach Kost. Ähm, ihr könnt eine, ah, ihr könnt eine Anzahl an Wasserlink-Monstern von eurem Friedhof beschwören, dessen Link-Rating insgesamt drei ergibt. Also, ihr könnt zum Beispiel einen Link-1 und einen Link-2 Monster dann aus eurem Friedhof-Special. Äh, coole Karte fürs Grind-Game, vor allen Dingen, wenn euer Gegner euer Bot wiped und glaubt, sich hier in Sicherheit zu sein oder die Oberhand zu haben, banish die Idee Karte und habt direkt Monster auf dem Spielfeld für, äh, also für den Link-3 Play zum Beispiel. ihr könnt jeden der Effekte von Marines Coral Triangle nur einmal pro Spiel zu verwenden. Ähm, und ihr könnt, wenn ihr den Effekt aktiviert, äh, keine Monster Spezialbeschwören außer, warte, ja genau, you cannot special summon monsters, the turn you activate either of these effects except water monsters. Also, ihr müsst dann, selbst wenn ihr, ich sag mal, so was wie einem Access-Code-Talker für den OTK gehen wollen würdet, das wird nicht passieren. Weil ihr sehr, sehr oft den Wassermonster gelockt seid, also ich weiß gar nicht, ob Access-Code-Talker in irgendeiner Art und Weise relevant sein wird, Transcode, also so über den Splash, Splash Mage in den Transcode und dann in den Access-Code, äh, weiß ich nicht, ob das passieren wird, ihr werdet wahrscheinlich eher mit dem neuen Boss-Monster hier versuchen, das Game zu kontrollieren, Marines des Aqua Agronaut, extrem geiles Artwork, da wird wahrscheinlich auch eine Ultra-Rare sein und dann haben wir gleich noch eine Spell über die wir sprechen, oh, entweder die Spell oder das eine Monster, über das wir gerade gesprochen haben, wird auch noch eine Ultra-Rare sein, ähm, 2 plus Wassermonster benötigt ihr in dem Fall zumindest generisch beschwerbar, äh, euer Gegner, your, your opening monster cannot attack other monsters while this card is in der Extra-Monster-Saison, also, die einzige Karte, die euer Gegner angreifen kann, ist diese Karte, solange diese Karte in der Extra-Monster-Zone liegt, und dann könnt ihr jeden der folgenden Effekte nur einmal pro Spielzug aktivieren, ihr könnt ein Wassermonster, welches ihr kontrolliert, also, ihr wählt ein Wassermonster, welches ihr kontrolliert, und eine Karte, die euer Gegner kontrolliert, das ist der Kost, ihr könnt beides zurück auf die Hand geben, cool, oder? Äh, kein Quick Effect, sondern, so, also, ist halt kein Quick Effect, halt, dann halb cool nur, wenn eine, äh, Zauberfalle aktiviert werden würde, oder ein Effekt auf dem Spielfeld, ähm, im gegnerischen Spielzug aktiviert werden würde, der Quick Effect, ihr könnt ein Marine Cess Monster, welches an dieses Monster hier, an die Marine Cess Aqua Agronaut, äh, ihr könnt ein Marine Cess Monster, welches hier an diese Karte equipped ist, ähm, spezial beschwören, und wenn ihr das tut, könnt ihr die Aktivierung annulieren, also, when a Spell Trap Card or Effect is activated on the field during your opponent's turn. Quick Effect, ihr könnt ein Monster, welches an diese Karte equipped ist, spezial beschwören, und wenn ihr das tut, könnt ihr den Effekt annulieren. Also, Negate auch noch mit drin, ihr könnt nur diese Karte angreifen, sie ist Negate, und in eurem Spielzug könnt ihr sowohl ein Wasser Monster auf eurer Spielfeldseite wählen, als auch ein Monster, zum Beispiel ein Monster, oder eine Karte, eine Karte, die euer Gegner kontrolliert, und zurück auf die Hand geben. Mächtig, heftig, und wir schauen uns damit auch die letzte Marinecess Karte an, Marinecess Dive, eine Karte, die ihr safe auf 3 spielen werdet, die ist unfassbar, guckt euch mal das Artwork an, zuckersüß, zuckersüß. Aktiviere einen dieser Effekte, aber du kannst bis zum Ende des Spielzugs, nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, keine Monster spezial beschwören, außer Wassermonster. Wähle einen nicht-Link-Marincess-Monster in deinem Friedhof, spezial beschwöre es. Monster Reborn für Marinecess nicht-Link-Monster. Viel geiler ist der Effekt hier, wenn Marinecess Battle Ocean, sprich die Fieldspell, in eurer Field Zone liegt, könnt ihr ein Marinecess-Monster von eurem Deck spezial beschwören. Heftig, oder? Also entweder ein Monster Reborn, oder ihr könnt ein Marinecess-Monster von eurem Deck spezial beschwören. Mega starke Karte. Wie bei allen Effekten, also habt ihr jetzt gelesen, so bei allen Effekten, ihr seid immer irgendwie Wassermonster gelockt. Immer seid ihr ein Wassermonster gelockt. Wir springen nochmal kurz zurück in die gesamte Kartenliste. Hat ihr es machen, du bist immer ein Wassermonster gelockt. Kannst du dich nicht dagegen wehren, ist halt leider, wie es ist. Verhindert so ein bisschen, dass diese Karten im Preis extrem eskalieren und generisch abused werden und dann sozusagen der Budget-Yu-Gi-Oh!-Spieler traurig drüber ist, dass er keinen Zugang zu den Karten hat, weil alle anderen, also keine Ahnung, so mein bestes Beispiel ist immer noch Magician's Soul. Genau. Eine 70-Euro-Karte, die ich in meinem Dark Magician-Deck nie spielen konnte, weil sie eine Zeit lang 70 Euro gehen. Jetzt geht sie 30 Euro. Erträglich, denn noch teuer. So, das sind 46 Karten, es wird noch 10 weitere geben. Was es sein wird, wissen wir aktuell nicht. Wissen wir bei den Sets immer erst kurz vor knapp. Also, ich weiß gar nicht, ob es Influencer-Openings zu dem Set geben wird. Falls doch, werden wir es auf jeden Fall erfahren. Ja, was könnte hier noch mit drin sein? Also, ich sag mal so, wir bekommen demnächst ein Deckthema in Power of the Elements, welches Splite heißt. Splite abused aktuell, den Krötelich umwerfend und den Austausch Frosch, sowohl als auch die anderen Frösche. Ich fände es extrem cool, wenn die Frösche hier einen Reprint bekommen würden, denn sie steigen aktuell extremst vom Preis. Krötelich umwerfend aktuell als Goldletter-Rare aus Maximum Gold kostet 15 Euro. Der Austausch Frosch steigt aktuell auch, kostet 3, 4, 5 Euro. Also, das ist etwas, da hoffe ich drauf. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur drauf. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Trotzdem wünsche ich es mir aus tiefstem Herzen, dass diese Karten mit drin sind. Und wahrscheinlich wird am Ende, keine Ahnung, hier, wie heißen die Fallenkarten? Wasser, Monster, die Amphibien, nicht Amphibien, die, ähm, Paleozoisch. Wahrscheinlich werden hier am Ende Paleozoische Karten. Keine Ahnung. Und der Ghost Revit wird hier mit drin enthalten sein. Ich hoffe ja sehr auf den legendären Fischermann. Fände ich extrem cool. Und jetzt springen wir nochmal ganz kurz auf Card Market und schauen uns das Ganze mal preis-leistungstechnisch an. Wie ihr hier seht, sprechen wir natürlich über Legendary Duels from the Deep, über ein Display. Display und Display kostet aktuell 39,50, 39,89, 39,90 plus ein bisschen Versand kommt natürlich on top. 40 Euro. Also ich sag mal so, 45 Euro mit Versand müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Wir gucken uns mal einen Case an. Einen Case an dieser Stelle kostet aus Frankreich, aus irgendeinem Grund auf Englisch tatsächlich unter 500. Aber ansonsten seid ihr bei 500 Euro plus ein bisschen Versand auf jeden Fall dabei. Gibt es natürlich auf Englisch als auch auf Deutsch. So, wer zu einem Händler meines Vertrauens geben möchte, der schaut bei den Jungs von Divine Cards vorbei. Die verkaufen das Ding aktuell im Vorverkauf für 45,90 und ihr könnt den Rabattcode DTV Discord 5 benutzen. Kriegt ihr 5% Rabatt und wenn ihr innerhalb Österreichs für mehr als 69 Euro bestellt, ist das ganze Versandkosten frei für euch. Also für alle Österreicher, zuschlagen. Und für alle Kollegen aus Deutschland gibt es den Händler meines Vertrauens und zwar Fantasy Freak. Würde ich auf jeden Fall auch meine Hand für ins Feuer legen. Könnt ihr auf jeden Fall guten Gewissens bestellen. Sehr vertrauenswürdig. 49,99 hier an dieser Stelle und mit dem Code Nibiru10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. So, ist im Vorverkauf. Wer weiß, was das Set nach und wobei eigentlich der Preis dürfte sich nicht großartig verändern. Ja, könnt ihr auf jeden Fall hier auch an dieser Stelle vorbestellen. Supportet den kleinen Mann. Und damit auch genug von mir. Lasst uns zum Ende des Videos kommen. Und ihr wollt jetzt natürlich hören, was mein Fazit zu Duels from the Deep ist. Grundsätzlich finde ich es eine extrem coole Idee von Konami, ganze Sets einem gewissen Attribut zu widmen. Bei Synchro Storm hatten wir es mit Wind, bei Duels from the Deep haben wir es jetzt mit Wasser. Was ich einfach mega cool finde. Allerdings bedeutet das auch, wenn ihr keines dieser drei Deckthemen zu Hause habt oder keines dieser drei Deckthemen spielen wollt, ist dieses Set nix für euch. Es sei denn, unter den zehn verbleibenden Karten, die wir noch nicht kennen, ist irgendein generischer Reprint drin, also ein Meta-Reprint drin. Dann wird es natürlich wieder ein Hauch interessanter. Oder die gesamte Frog-Engine wird dort gereprintet. Dann wird es natürlich auch interessant, weil aktuell die Kartenpreise extrem eskalieren beim Kröterlich Umwerfen und beim Austauschfrosch. Ich wünsche es mir, könnte es mir auch irgendwie vorstellen, weil ihr in jedem dieser drei Deckthemen den Bahamut-Hein mit dem Austauschfrosch zusammen spielen könnt. Auf der anderen Seite fühlt es sich irgendwie nicht so an. Ich weiß es nicht. Also es wäre ein schlauer Schachzug von Konami, es zu machen. Irgendwie, ich würde nicht drauf spekulieren, sagen wir es mal so. Ansonsten, tja, Meta-Impact. Tricky. Marine Cess wird vermutlich danach das stärkste der drei Decks sein und auch wirklich ein relevantes oder ein sehr, sehr gutes Tier 2 Deck, würde ich tatsächlich behaupten. Dann haben wir natürlich die Haie, also die ganzen Xyz-Haie. Starkes Rogue Tier 2 Contender Deck. Vielleicht täuscht es mich auch und es macht mehr, als ich dem Deck gerade zutraue und das Marco Tsunami Deck-Thema, das wird nichts machen. Das macht ganz viel in der Battle-Phase, sprich, ihr könnt euch mit einem Kollegen duellieren, der War Rocks spielt, dann seid ihr auf Augenhöhe, aber ansonsten, das Deck-Thema wird tatsächlich nicht so viel anrichten können, aber dennoch Fan-Favorite definitiv ein Muss. Aus so einem Display, dürft ihr nicht vergessen, ziehen wir, wie viele? Nur drei Ultra-Rares? Ich glaube, es waren nur drei Ultra-Rares. Waren es nur drei? Waren es sechs? Oh Mann, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wie dem auch sei, nicht viele. Was wiederum bedeutet, und dann zieht ihr in der Regel auch nicht die Ultra-Rares, die ihr benötigt. Falls ihr Marine-Sets spielt, zieht ihr in der Regel die ganzen anderen Ultra-Rares. So ist es in der Regel, wenn man Yu-Gi-Oh! Produkte öffnet. Deswegen mein Tipp, falls ihr eines der Deck-Team zu Hause rumliegen habt, kauft gezielt ein. Gezielt Support einkaufen. Ich weiß, Display aufmachen macht Spaß und es gibt die Chance auf eine Ghost-Rare, aber wenn ihr mit den 50 Euro, die ihr dafür bezahlt, gut aushalten wollt und nicht so viel Geld überhabt, dann solltet ihr auf jeden Fall lönnt euch. Keiner hindert euch dran. Nicht mal ich. Yo, schreibt ihr mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Duels from the Deep oder allgemein, was ihr von dieser Legendary-Duelist-Serie haltet. Ist das geil? Findet ihr das top? Macht Konami da alles richtig? Oder denkt ihr euch, irgendwie nicht? Yo, ihr habt auch genug von mir. Ich mache Schluss. Ich wünsche euch einen spitzenmäßigen Start in der Tag, Start in die Woche, ins Wochenende, wann auch immer ihr das Video guckt. Lasst es auf jeden Fall ordentlich krachen. Für all die, die noch nicht hier waren und jetzt hier sind, aber noch keine Abonnenten sind, abonniert. Das war gerade kompliziert. Den Satz habe ich eben gerade erst in meinem Kopf geblieben. Das hat gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe. Abonniert. Falls ihr zum ersten Mal hier auf dem Kanal seid und noch keine Abonnenten seid, würde mich extrem freuen, wenn ihr Teil der Deep Video-Community werden würdet. Ich mache Schluss. Ich bin durch. Ich lasse es krachen. Ihr lasst es hoffentlich auch krachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.